ja sehr geehrte damen und herren herzlich willkommen zu einem weiteren video neues in der 16 2 und in diesem video geht es um den neuen dwg export ja wir haben in der nova für alle zeichnung die wir in der nova verwalten die funktion datei export zeichnung als dwg dxf speichern oder da kann man sie auch aufrufen ich kann zeichnung aus projekt exportieren und dann kann ich auch hier auf dwg dxf umschalten ist die gleiche funktion und das ergebnis ist dann eine dwg datei die den modellbereich und alle layouts beinhaltet in den optionen kann man noch einige punkte dazu schalten ob dann ein papier layout erstellt werden soll diesen export haben wir jetzt automatisiert oder wir bieten ihnen die möglichkeit an den zu automatisieren was ich in diesem video zeigen will ist wie sie für ein ganzes projekt daten ausgeben können darüber hinaus gibt es auch die möglichkeit ein skript zu nutzen mit dem dann zum beispiel über nacht die dwg datei ausgeschrieben werden kann da möchte ich aber aufs neue in verweisen ich zeige jetzt mal so wie man das hier im projekt anlegt und das ist auch der erste schritt um nachher das skript verwenden zu können oder eben direkt auszugeben ich gehe also über rechte maustaste an das projekt und habe hier den dwg export manager und sie können jetzt hier einen auftrag erstellen für den export und den können sie dann nachher mit zeichnungen füllen ich habe also hier diesen plus button da kann ich einen neuen auftrag anlegen lass mal ruhig export 1 beschreibung ist auch nicht so entscheidend dann können sie hier zwischen den formaten die wir anbieten wählen ich nehme jetzt hier mal 2013 sie können eine ausgabe verzeichnis wählen und sie können dann entscheiden welche zeichnung da hinein soll dafür gehen sie ob es in die eigenschaft so haben wir die zeile markieren gehen dann in die eigenschaft und hier können sie jetzt die zeichnungen hinzufügen die sie haben wollen ich mache es einfach mal hier die zeichnung zwei und drei und setzte die hier hinein er zeigt mir dann dass die elemente hinzugefügt wurden ich habe die diesen namen der zeichnung und ich habe dann den dateifad wo die zeichnung liegt das hier mein beispiel projekt und kann dann entsprechend das wieder schließen jetzt haben sie festgelegt es gibt einen export 1 und in diesen export können sie jetzt diese beiden zeichnungen heraus geben mir ist auch noch mal die anzahl der zeichnung und das können sie dann entweder über nacht per skript machen wie gesagt hier der verweis aufs neue in oder sie gehen mit dem doppelklick hier noch mal hinein und können dann hier den export ausführen und dann läuft die nova los gibt die zeichnung aus und erstellt ihnen hier noch mal eine kleine textinformation was passiert ist eben hier diese beiden zeichnungen sind ausgeschrieben worden ja dann können sie eben das schließen und können das wieder hier verlassen können beliebig viele export aufträge anlegen können dann unterschiedliche zeichnungen hineinnehmen können auch alle zeichnungen hineinnehmen können da also entscheiden für wen sie dateien ausschreiben wollen und können dann eben diesen export ausführen oder den über skript laufen lassen ja relativ simpel müssen das ausgabe verzeichnis festlegen und dann wird das entsprechend hier ausgeschrieben und die zeichnungen stehen dann später zur verfügung ja das ist schon die funktion die ich ihnen hier zeigen wollte weitere informationen entnehmen sie bitte dem neuen in zur 16 2 und sie finden auf unserem youtube kanal auch weitere videos vielen dank